Hallo alle miteinander. Das bedeutet Spazierengehen. Morgen! Und jetzt gucke ich mal mit euch ein bisschen wie es hier aussieht. Das sind also die einzelnen Zimmer. Zeige ich euch nachher noch. Hier hat er nach seinen Radohosen schön trafiert. Wahnsinn! Hallo! Und hier ist der Pool. Der Bank kühlt sich ab. Ja, so sieht es also hier aus. So, und da vorne geht es dann wieder raus. Das ist die Rezeption. Wir sind die netten Mitarbeiter. Das ist unser Zimmer, was ich euch jetzt zeige. So. Fein und fein. Alles da. Man könnte sich auch ausbreiten. Machen wir natürlich nicht. Und das ist das Badezimmer. Im Dusche. So, ich bin jetzt unterwegs zu so einem großen Einkaufszentrum. Weil da gibt es einen Elektronikladen. Ich brauche unbedingt Batterien. Diese Knopfzellen 2025 für meinen Tanngenerator. Der hat sich jetzt verabschiedet. Jetzt hoffe ich, dass ich die irgendwo finde. Ich muss jetzt paar Kilometer laufen. Das ist aber nicht schlimm. Weil es echt ein herrlicher Weg ist. Ein schöner Weg hier. Das sind wir auch schon. Jetzt gehen wir mal rein. Checken wir mal, ob wir was finden. Ich hoffe so. Hier ist normal immer so ein Sicherheitscheck. Da vorne muss ich rein. Electronic City. Pech gehabt. Der hat es nicht. Aber er hat mir einen Tipp gegeben, wo ich es finden könnte. Scheiße. So, ich habe sie gefunden. Der hat sie tatsächlich da. Aber der Bank auf der Bank geht. Jetzt muss ich nur wieder den Laden hier finden. Boah, keine Ahnung, wo ich jetzt schon wieder bin. Das ist echt riesig, das Teil da. Krass. Hier ist er, er hat sie. Perfekt. Ich habe sie tatsächlich gefunden. Yeah. So Leute. Das war's aus Indonesien. Wir verlassen Bali heute. Und fliegen nach... Alla Lumpur. Und dann nach Kambodscha. Kambodscha. War sehr schön hier. Und ich komme auf alle Fälle zu noch. Wahnsinn. Chargern hier keine Ahnung. Kannst du Γidisch aus Deutschland kommen? Das war's. Kannst du Steil, Active stark! Direkt��� agiert, man? unk.. Auf alle Fälle. Datierst du Sieg, going! Am Morgen nochmal wichtig. Vielen Dank.